Süßes oder Salziges. Oder Saurus. Der Snack der Woche. Und es ist so, wir überraschen uns ja immer. Und in dieser Woche wirst du von mir überrascht. Und ich sag mal so, Mensch. Es ist ja die Woche vor Ostern. Okay, gibt's hartgekochte Eier. Ja, die gab's ja schon heute Morgen. Da können wir übrigens auch mal demnächst drüber sprechen, über deine Art und Weise, deine Eier zu pimpen. Über das Pimpen meiner Eier? Ja, wie du deine Eier... Achso. Okay, wenn du... Deine gekochten Hühnereier, verdammte Axt. Achso, okay. So, okay, ich habe die rote Büchse dabei. Jetzt will ich weiter über Eier sprechen. Ob ich meine Eier wasche, bevor ich sie... Wäschst du deine Eier? Schreckst du sie auch ab? Okay. So, also, nein. Es gibt keine hartgekochten Eier, sondern es gibt natürlich heute ganz was Süßes für dich. Aber ich hab schon mal so ein bisschen vorausgepackt, damit vielleicht der Hund nicht so nervös wird. Weil der, wenn's raschelt, immer nervös wird. Und hab dir eine rote Dose mitgebracht. Du darfst sie jetzt öffnen. Sie liegt vor uns. Ich hatte noch nie was Salziges. Deswegen bin ich über das Süße nicht überrascht. Ich öffne mal die Dose. Wenn ihr das sehen wollt, was es hier so gibt, dann auf Spotify und YouTube gibt's diesen Podcast auch als Video. Ich hab grad was getrunken. Ja, es sind Eier. Es sind Eier. Aber es sind natürlich nicht deine Eier von heute Morgen, sondern es sind andere Eier. Woher kommen sie? Nicht aus Deutschland. Du kannst es vielleicht selber herausfinden, durch ein bisschen investigatives Beobachten der Packung. Du kannst die Packung ja auch mal zeigen. Ach so. Stimmt. Es ist ein, es ist ein Cadbury Cream Egg aus Großbritannien. Okay. Ich hab nachgelesen, Cream Eggs sind die Ostersüßigkeit in Großbritannien. Das, was bei uns der Milka Osterhase ist. Das Hu ist Hu der Absolut. Ostereier-Süßigkeiten. Und es sind Schoko-Ostereier, sie sind unheimlich schwer. Also die sind wohl schwer gefüllt auch. Und hier ist auch schon eins ausgelaufen. Dann nimm ein anderes. Nimm nicht das, sonst ärgerst du dich mit dem Ausgelaufenen. Hier, ich reiche dir ein Unausgelaufenes. Mit den klebrigen Fingern. Also erstmal muss man sagen, ich liebe ja Schokolade und alles, was damit zu tun hat. Und wenn jetzt da, ich kann noch nicht genau sehen, was drin ist auf der Packung, aber wenn jetzt da Eierlikör drin ist. Dann ist es eklig. Dann ist es geil. Echt? Du findest Eierlikör gefüllt? Das ist gut. Probier mal. Oh, es ist relativ hart und die Creme ist weiß. Dein Ei ist weiß gefüllt. So, ja. Mein Schoko-Ei ist weiß gefüllt. Aber nicht nur, ich sehe einen orangenen Streif. Ja, da ist ein orangener Streifen drin. Ja, die Schokolade schmeckt wie Vollmilchschokolade. Sie ist schön knackig. Das hat man gehört übrigens, glaube ich. Ein guter Schmelz, habe ich das letzte Mal schon gesagt. Das ist ja bei veganer Schokolade oft nicht so. Aber da gibt es Ausnahmen. Da würde ich demnächst mal ein Referat halten drüber. Die Creme schmeckt ein bisschen nach so einer Milchcreme. Aber ist nicht so ganz, ne? Nee. Auch die Konsistenz. Sie ist halt flüssiger, als man das so auss... Darf ich mal dran riechen an deinem Ei? Das riecht gut. Das riecht ein bisschen fruchtig. Weißt du, woran mich das optisch erinnert? Es gab mal von... Das habe ich noch gar nicht gefunden. Also das ist so, diese flüssige Füllung habe ich auch schon mal in Deutschland gesehen. Aber es ist da speziell. Ich habe halt nachgelesen, dass das wirklich ein richtig traditionell britisches Ostersweet-Candy ist. Und das ist das wirklich... Das auch... Achtung! Queen Elizabeth zählte diese Creme-Eier auch zu ihren Lieblingssüßigkeiten. Oh... Ja, kann ich verstehen. Ist gut? Ja, sie schmecken sehr gut. Es ist sehr... Die Creme ist sehr süß. Ähm... Ja. Schmeckt wie ein leckeres Osterschokoei. So, auf einer Skala von 1 bis 10, wo platziert sich denn dieses leckere, süße Osterschokoei? Eine gute 8. Okay, das ist so lieb. Ja, wir haben ja gesagt, für eine 10 muss es schon richtig wahnsinnig gut sein. Wobei wir hatten letztens eine 9 sogar. Ja. Kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was das war, der Keks... Das waren die, ähm... Keksriegel? Keksteigriegel? Nein, das war der, der, der Marshmallow, Schokomarshmallow. Ja, den können wir leider nie wieder kaufen, dann müssen wir nach San Francisco gehen. Nein, meine Mama hat gesagt, sie hat sie gefunden. Echt? Die hat den Podcast ja gehört und hat sich dann auf die Suche begeben und hat zum... Also, ich hab sie nicht gesehen, ich weiß nicht, was sie gekauft hat, beziehungsweise sie hat sie gar nicht gekauft, glaube ich, hat sie gesagt. Das hat sie dir gesagt und dann wärst du sie zu Ostern willkommen. Willkommen zur Dachboden-Revue. Neue Folgen immer montags in deiner Podcast-App.